Hey Leute, herzlich willkommen bei BuffStrong Barefoot, ich bin Johannes Queller, heute geht es ums Kipping. Es gibt einfach mal viel zu viele Bullshit-Kommentare im Internet über, das sind keine richtigen Puller, was machen die da, warum zappeln und humpeln die da so komisch rum. Okay Leute, ganz kurz, ruhig, wenn jetzt zum Beispiel ein Video ein paar Kipping-Pull-Ups zeigt oder Butterfly-Pull-Ups, eine Art des Kipps, dann wird immer gleich rumgehatet, ja, aber das sind auch keine Klimmzüge, okay, gut, das sind keine Klimmzüge, das Ziel ist auch gar nicht jetzt stark im Klimmzug zu werden in dieser Art. Es ist eine sportartspezifische Bewegung und zwar alles, ob nun Kipping-Handstand-Push-Up, Kipping-Muscle-Up, Kipping-Pull-Up, Butterfly-Pull-Up, was auch immer. Selbstverständlich kann man es auch übertreiben, einen Kipping-Push-Up braucht man jetzt nicht, ja, die Geschichte hier, das ist jetzt kein Kipping, so, aber letzten Endes muss man das mal gucken, okay, gut, man macht Klimmzüge, warum mache ich Klimmzüge, um breiten Rücken zu bekommen, um stärker zu bergen, okay, cool, ja, dann macht man normale Klimmzüge, korrekt, dann macht man keine Butterfly oder sonst irgendeinen Scheiß. Aber wenn man jetzt an einem Crossfit-Competition teilnimmt, dann ist das eine sehr sportartspezifische Übung und da muss man auch das trainieren, weil wenn man dann bei der Competition ist und dann heißt es 100 Klimmzüge for time und dann stehst du da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, ja, dann, weil seid ihr bei 30 Klimmzügen, während es in den anderen schon durch sind, aber da geht es dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und zwar durchgängig bis 100. Profi-Athleten können das locker wegmachen, wegstecken. Ich habe, als ich mit Crossfit begann, konnte ich 30 breite Klimmzüge, strict. Ein Jahr into Crossfit, ich konnte 64 Butterfly Pull-Ups, aber nur noch 12 breite Klimmzüge. Das heißt, ich habe wesentlich an Kraft eingebüßt im Oberkörper, aber ich war effizienter in diesen Butterfly Kippings. So, toll. Was möchte man? So, möchte man in einer Crossfit-Competition teilnehmen oder möchte man stärkster Pull-Up-Typ der Welt werden? Das heißt, ihr müsst auch verstehen, wenn jetzt jemand dort einen Butterfly Pull-Up macht. Und das ist jetzt ein Challenge an alle Hater da draußen. Ich möchte eure Videos haben. Schickt sie mir bei Facebook oder schickt sie mir irgendwie auf YouTube oder weiß der Geier was. Kontaktiert mich, wenn ihr ein Video habt. Ich möchte euch beim Butterfly Pull-Up sehen. Es ist ein sehr hochspezifischer Skill. Und ich möchte euch sehen, wie ihr die Butterfly Pull-Ups macht. Ich mache jetzt zehn Stück vor. So. Wenn es bei den ganzen Hatern da draußen auch nur annähernd so aussieht, kriegt den Keks von mir. Ja? Alle anderen, shut the fuck up. Wenn Crossfitter das machen, dann machen sie das, weil sie in der Competition damit schneller sind. Sie machen es nicht, weil sie irgendwas rumcheaten wollen. Klar, es gibt auch immer Beginner und alles, aber das ist dann boxspezifisch Sachen zu machen. Bestimmte Sachen. Bei uns zum Beispiel sagen wir, dass die Leute, bevor sie nicht zehn strikt Klimmzüge können, sollen sie gar nicht erst anfangen zu kippen oder zu Butterflyen oder zu irgendwas. Ja, weil sie erst mal die entsprechenden Grundlagen erlernen müssen, um sich da hochzuziehen. Dann können sie auch mit dem Kipping anfangen und mit dem Butterfly oder was weiß ich was. Aber das ist eben Box zu Box unterschiedlich. Wichtig ist zu verstehen, dass es ein spezifischer Skill ist und dass es nichts mit Rumhampeln zu tun hat. Wenn irgendjemand im Klimmzug besser werden möchte, dann macht der was anderes als das. Ja, alright. Und an alle Crossfitter da draußen, wenn ihr denkt, dass ihr mit Kipping-Pull-Ups besser werdet und euren ersten Klimmzug hinbekommen werdet. Nein. Wie auch? Es ist viel zu leicht. Wenn ich jetzt immer mit dem Kippen arbeite und mit der Hüfte mich da hoch schieße und hochwurme, dann habe ich das mit der Hüfte getan und nicht mit der Kraft aus den Armen. Das heißt, arbeitet da dran an den Pull-Ups und dann könnt ihr irgendwann an die Kippings gehen. Das war es mit dem Kipping allgemein und Crossfit-Sportart spezifischem Training. Was haltet ihr von dem Kipping? Ist es für euch nur rumgehampelt oder ist es wirklich sinnvoll? Schreibt es mir in die Kommentarbox, abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Haut rein!